Der Typ starte ich die ganze Zeit an. Hauen wir ab. Was findest du an ihm? Spüre ich seine Liebe, ist es als gehörte die Welt nur mir. Sie wissen so vieles nicht. Hi Officer, ich glaub ich hab mich verfahren. Es übertrifft ihre schlimmsten Albträume. Ich bin unschuldig. Du wirst diesen Quatsch doch nicht glauben, oder? Die Zeitungen sind voll davon. Ted! Öffchen! Wie ist sein Name auf die Liste gekommen? Ich will dich besuchen kommen. Ich hab so gehofft, dass du das sagst. In diesem Fall geht es um die Ergreifung eines Monsters. Ladies and Gentlemen, ich bin dieser unschuldig Beschuldigte. Sie bewegen sich auf dünnem Eis. Partner. Die Medien haben Ted verurteilt, noch bevor er vor Gericht stand. Ich muss schweigen und Sie nicht. Ich frag mich, ob er es war oder nicht. Ich bin viel populärer als Disney World. Hast du diese Dinge getan? Selbstverständlich nicht. Lassen Sie mich lieber meine Flucht planen. Wer noch zu sehen. Ich bin viel auf der anderen Seite. Ich bin viel auf der anderen Seite.